So, ich bin ja mitten in der Wüste, Hilfe! Das wollte ich ja eigentlich. Ich auch nicht. Ich finde diese Ruhe sieht so schade aus. Ach so, Alter! Hey du! Boah, das ist doch gerade frisch gespawnt, Heini. Ja, helfen wir mal hier. Beschütz mich mal. So, dann müssen wir mal was... Sergeant Payne, beschütz mich mal. So, ich muss mal gucken. Ich bin doch schon dabei. Ich bin dabei. Das ist mir nett. Jawohl. Erstmal schön mit Bori Bori. Bori Bori. Alter! Das war ein paar Kartoffeln. Eingelockt. 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 Wie sind das? Kannst du eigentlich mit dem GoXLR direkt was aufnehmen? Nee, ne? Ja, natürlich. Ja? Dafür kommt doch das Heingelockt. Eingelockt. So, dann muss ich mir mal durchlesen. Du hast doch um rechts deinen Sample-Dingis. Ja, die habe ich belegt halt. Selber schon. Ja, kannst du auch machen. Aber du kannst damit ja mal aufnehmen. Achso. Wenn ich da drauf drücke oder was? Ähm, ja. Warte. Du kannst. Wenn jetzt zum Beispiel eine der Tasten, hörst du die Bänke A, B, C. Ja. Dann hast du ja quasi dreifache Belegung. Ja. Und wenn du jetzt eine der Tasten gedrückt hältst, dann kannst du sprechen. Wenn du loslässt, hast du es aufgenommen. Ah, okay. Gut zu wissen. Danke. Also, äh, der Nordisch hilft dir gerne. Also, äh, der Nordisch hilft dir gerne. Also, äh, der Nordisch hilft dir gerne. Also, äh, also, äh, der Nordisch hilft dir gerne. Danke, Mama. Okay, gut zu wissen. Danke dir. Und jetzt verpisst dich. Und jetzt verpisst dich. Achso. Schön dir, ne? So. Danke, aber mal grüßchen. Pünktlich wie in die Maurer. Jawohl. Ja, aber da sind wir mal ein bisschen früher gestartet, damit das einfach alles funktioniert direkt. Richtig. Und was sonst immer eine halbe Stunde dauert hier. Ein Kram. Hallo. So. Och, schon wie wir in den Schweizer. Ich grüß das Mummelfiech. Ach Gott. Ihr gelacht. Das ist irgendwie scary gewesen. Scary. Scary. Kein Stress. Jawohl. Äh. Heifer. Ja. 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 All Shabraak. Ich habe nur noch so was zu misskommen, weil, ich hab's geschrieben. Die ähm der Cave... Oh das ist noch ein... Das ist der Cage? Die Cave aus dem Wettel hier. Löffen. Okay. Können ja nicht alle so nur von den Schreienern sein. Das muss ja ne Wanderorde sein. Bei mir ist relativ ruhig. Außer Gebraucher. Oh 22 Uhr. Ach ja, wollte ich gerade sagen. Okay, ja gut. Dann... Geh mir doch ein Schuh raus. Aber... Es ist ein ästlicher Schuh. Geil. Ach, beschützt mich mal. Das wäre weh. Bam, bam, hehehehe. Schon wie halb tot. Nur hier in den Nasenmeeren, die sind schon ämstlich unattraktiv. So. 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 Die sind ganz gut, ne? Also hier diese... Wie von Forrest da diese... Ja, das stimmt. Die sehen geil aus, ja. Die sehen schon ganz cool aus. Fingern. So. Die noch ein bisschen aufwertet. Wo sind wir beim Moppe, ja? 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 Ja. Wo sind wir beim Moppe, ja? Das haben wir beim Moppe. Das ist ja auch nicht zu sein, das ist nicht zu essen. Oh, ah, ja. So wie viel Lüge hab ich das? Du brauchst mir die Helfin? Wo ist er mein Kollege? Weg dich! Wo haben wir da Munition, da haben wir da Munition. Da haben wir Munition, da haben wir Munition, da haben wir uns kommen. Also. Bam! Moppe, Ruhl rein schmeißen. Oh. Oh. Alles verflut, das ist ja da oben. good trying care. Und hat mir auch nicht mal helfen. Das hat mir auch nicht mehr helft. ach mal was trinken das eisen mal lecker was trinken aber hier ist ja alles und bei blei eisen und ull schiefer ich glaube mal ein bisschen weiter sortieren das kann also schon weg also auch schon weg ich würde mal die alten das ist mir auch schon mal passiert hallo hallo so dass wir uns drin haben wir hier irgendwo schon mal kisten für ein pech ab bin ich schneller daheim als ich hoffe mit einem kassel mit zehn teile warum kiste auf wir haben uns aber ja auch damit ist es mehr saufen warum nicht Entschuldigung, das muss sie nicht. Tu mal was für dein Geld, los. Was ist denn hier mit dieser Wüste, ey? Hallo, 4G. Wo haben wir denn die Schmiede? Wo haben wir denn die Schmiede? Habe ich in die Schmiede Sachen reingekommen? Da bleiben. Da sind die Schmiede Sachen drin. Oh, mein Leiches! Oh, mein Leiches! Mach mich fähig, ey! Ah... Ich brauch nur einmal, soll ich nur... Wasch einmal, wo ist denn meine Pickaxe? Warte mal weg, ey. Oh, 10.000 Euro! Oh, hier, Alter. Wollte ich verarschen. Oh, ho, 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 ho. 10.000 Euro, wahnsinn. Wunderbar, Alter! Alter, das funktioniert doch! Wunderbar, Alter! Äh, äh! Äh, äh! Alter, das funktioniert doch! Wunderbar! Alter, das funktioniert doch! Alter, 10.000 so ein Rohr, ey, ich werd wahnsinnig! Ey, wer bist du denn? Harli... Au! Du kleine Drecksau! Ey, 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 ey! Ich bin eine schmussige Sau, ja? Die Harli... Die Harli, ich hab gedacht, die kann man auch vielleicht irgendwie, aber... Die war böse. Böse, böse, böse. Warum sind... Keine Farben hier irgendwo in der Nähe? Unfreundliche Person. Du musst nicht mehr ausdauern, ne? Das ist ja ein Ding. Aua! Ich glaub, ich baue hier grade Wüste ab. 20... 20... 20... Sunny! 10... 15... Also, Essen ist ja nicht so prall, ne? Wir müssen mal so ein bisschen... Sachen kochen. Ja. Wer ist denn? Wer war vor? Ich brauche jetzt der Koch. Der ist schuldig. Ja, ich versuche ja, aber ich brauche Maisvolken, damit ich ja aufsuchen kann. Oh, Mensch. Also müssen wir Mais farmen heute, okay. Mais farmen. Hier in der Wüste ist ein Haufen Mais. Hast du schon Farmen angelegt? Oh, ne? Was denn? Hast du schon Farmen angelegt? Ne, ich... Ich muss nicht einfach alles, äh, machen, ne? Also, ja. Irgendwo hatte ich... Irgendwo hatte ich aber schon, äh... Ja, ja. Vorbereitet, glaub ich. Ja. Ich glaube, in der großen... Geheimnistruhe. Ja, ja. Ich brauche nur eben ein paar Maiskolben. Ja, ich bring dir welche mit. Oh, 41 Felder haben wir. Wie viel? 41. Ne, Maiskolben, wie viel? Ach so. Keine Ahnung. Maiskolben, glaub ich, keine. Wir brauchen ja auch den Samen. Der ist in fünf Kilometer voraus stehen, ne? In die Wüste. Oh, hier sind Draht. Alle, hier ist echt alles. Aber ich komme nach Hause eben. Ich mache eben die Felder. Musst du ja nicht jetzt. Macht ja eh keinen Sinn. Du weißt mal die Saaten dafür. Samen. 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 Geht damit doch das weg. Bori Bori, ne? Wenn du's weg ornieren. Was? Was? Er sagt, er will weiter was ornieren. Bori Bori will er machen. Oh ja. Wie klappt. Ah, ich hör schon. Und hier unten sind irgendwie Zombies dran, ne? Seid, wisst ihr. Level up! Level up! Der ist mit seinen Frau. Und was ist hier noch? Ach, hier ist auch noch Material drin. Ach, hier ist auch noch Material drin. Ach, hier ist auch noch. Ja. So, das kann weg. Das kann auch weg. Das ist schon mal gut. Bada, 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 bada. Kann ich hier noch mal wegen? Weg mit der Käse. Aufsgehen. Mh. Mhm... Ja, vorne genau. Ich aber nicht mehr. Mh. Was? Warum!!!! Wenn ich nur gerade, ob sie diese... Diese, wie heißt die, wie heißt die Sme? Birdness Tree, ob die überhaupt, nicht nur welche Umstände, die sich füllen, dass wir sitzen Das Wöden hier draußen montieren müssen. Wenn wir jetzt ein Dach einziehen, so langsam. Wo soll ich denn die Farben überhaupt hin machen? Draußen oder hier? Irgendwo. Ich würde unten den Hof platt machen und würde da das Ding im Hof. Im Hof. Ab 1.7. sind wir wieder zu dritt. Cool, Glückwunsch. Freut mich. Sehr schön. Sehr cool. Und ich glaube, Benzin brauchten wir auch, oder? Ja, ich bin gerade durch Schiefer. Deswegen ist Morbus ja losgefahren in der Wüste. Ja. Lalalalalala. Ach, hier ist der Haar fickbar. Ah, scheiße. Hals, Maul, Mann. Entschuldigung. Ich schreibe hier. Ich hab doch mit der Axt auf die Fresse, Junge. Oh. Ob wir zu beleidigen. Wie fällt der denn aus? Was hast du denn die 5-zeit-Bache? So, die anderen Kramer hier später. Oh, das muss ich mal wegmachen. Nee, ernsthaft. Ich schätze mal Klaas-Playle und 90. Oh. Boah. So. Äh. Questskrieg auch mal gucken. Es ist Tagebuch? Nee, Quests. Fälligkeiten? Fälligkeiten. 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 Ach, Traits war da noch nicht. Ach, so. Haben wir das. Traits war. Kloof. Crafting Skills. Grab Iron Axe. Crafting. Crafting. Wenn jetzt hier noch Kohle ist, wäre perfekt. Man kann schocken. Ja. Wie ist das hier? Wenn man die abbraucht, fällt man den Felder wieder. Keine Ahnung. Musst du ausprobieren. Bei einer Mod ist das so. Ah, ja. Ist immer anders. Immer anders. Mann, 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 Mann. Das sieht so kalt aus. Kalt. Kalt. Aber Kalt. Das tötet Menschen. Ah, dat kann weg, das kann. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich auch herstellen. Und dann stellst. Wir haben doch hier Samen. Rett und Flüsch, Karotten. Was haben wir denn denn? Wir nehmen dann noch Karotten. Oh. Kakao. Jut. Jut. Toffeln. So, was ist vorne dran? Kaffee. Nischt. Toffeln. Was ist denn hier? Ah, das kann ich gehen. Wahres. Nitrat, nitrat, nitrat. Alter. Hau ab. Ich mache hier echt die Wüste platt, ey. Ist doch schon platt. Ich habe hier ein riesen Loch gerade ausgehoben. Eine riesen Dinger. Riesig. Ja. Ausdauer, ja, jai, man. Doch, hier sind trotzdem. So. Hallo. Ufdange, Junge. Ufdange. So, so, so. Oha. Da war jetzt hier die Kiste. Oha, geil. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Ein paar Sachen habe ich schon eingeflammst. Sehr gut. Sehr gut. Wer hat es da noch? Mh, mh, mh. Und da auch noch eine andere Kiste. Das kommt noch eine andere Kiste. Mh, mh. Mh, mh. Mh. Mh, 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 mh. Ja, ich hab mal Repair-Kids reingeschmissen. Das war ganz vorne. Ja, vielleicht. Repair-Kids. Gucken wir da mal hin. Babbabbá. Ups. Ups, aaa, ups, aaa. Hallo, war jemand da? Nein. Also ruhig hier. Ja. Und keiner da. Ich bin hier hart am bohren, seit einer halben Stunde. Ah, arges Andruch. Ja. Ich hab da hier los, Eier, Mord und Benzin. Sprengstoffvorräte, geheime Vorräte oder Waffenvorräte. Alles geil. Wir haben uns davon. Was? Doch weg, Gott. Juhu, darf ich? Waffe eben. Lass mich eben... Wollen wir eben hier sowieso, oder? Nein, nicht mehr. Wir haben weg und weg. Tschau. Danke. Uh. So, wie viele Kisten haben wir denn noch? Das müsste doch nicht alles gewesen sein. Oh, uh. Ach, hier sind die ganzen Kisten noch. Nein, da sind wir doch auf dem Boden. Ist die Rache, mein Freund. Ja. Nicht anders für die... Uh. Kommt mir ein Kaktus entgegen. Die Pollen, die Pollen von mir, Alter. Ja, die auch. Oh, Sprengstoffvorräte. Haha, so fing das ja bei mir auch an. Ja, 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 ja. Oh, Klamotten... Boah, Alter! Ja. Oh, Poo, Flamotten. Zack. Latrex? Find ich jetzt aber nicht okay. Also hier sind Kisten. Oh... Ja, 5 Milliarden Kilometer entfernen. Ja, warte. 5 Milliarden? Ich hab mir ein bisschen be tart. Ach, muss man raus. Man muss sich verrechnet haben. ich habe nicht mehr ein bisschen kacke die kisten sind auch alle weg das ist schön ja oh ist noch ein bisschen zu euch packier mal bitte oh wegtüch motz motz da drin bergzeuge oh aber sie muss es haben bergzeuge oh leckt du machst das roasting pan nein nein dann müssen wir nicht alle kisten eigentlich umsortiert haben sehr cool gestürztet werden kann ich hier dann irgendwo was kaufen ich habe nichts doch es war ja mag ich grüßen kommen in der punkt kann dann haben wir verband mann 3 haben gar nicht nur ein bisschen geiler automatischer oder normaler ein normaler und warum das heute so wieder die butter ich würde mir helfen keine zwei rechner habe ist okay angenommen wobei mein streaming rechner langsam begeistert habe ich ein bisschen angst zinkt immer mehr rum kohle muss raus Nimm ich 300 Schuss davon mit, das nimm mir mit, das nimm mit, das nimm mir mit, das nimm mir mit, das nimm mir mit, das nimm mir mit, Obwohl ne Herr, die macht vielleicht ein bisschen, nächste Woche ist ne kurze Woche, lalala. Ich freu mir. Dem ist korrekt. Ich freu mir. Dem ist korrekt, der Name. Wird immer wieder Zeit. So. Okay, dann packen wir die Dame mit rein. Was ist hier noch? Blei. Kohle wäre noch geil gewesen, wenn hier Kohle wäre. Sieht schlecht aus. Gut. Dann muss ich mal wieder draußen müssen rumwieseln gehen. Ich bin doch schon dabei. Auf jeden Fall. Ja, dabei. Dabei, ich muss mein Motorrad mal reparieren. Achso, das würde übrigens auch, wo mir das gerade jetzt, wo mir das gerade mal einfällt, das Motorrad, das wird auch wesentlich mehr Schaden nehmen in der neuen Alpha 21. Ah, das habe ich auch schon gesehen, ja. Leider. Also, da darfst du wirklich nicht irgendwo gegenfahren, weil dann hast du, das machst du drei oder vier Mal, dann hast du das Ding kaputt. Ja, ist auch realistisch. Also, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ich finde nur, dass wir vielleicht ein oder zwei andere Fahrzeuge noch reinmachen könnten. Ja, ich glaube, das kommt aber erst mit der 22. Irgendwas Gepanzertes oder so vielleicht. Das machen wir schon Alpha Moller, glaub mal. Ja, klar. Aber in der Vanilla wäre auch schon nicht schlecht, wenn da mal was Neues kommt. Ja, wie gesagt, in der Alpha 22. Wir haben ja auch gesagt, was die Goldversion angeht. Ja. Also, die planen jetzt erstmal die 22 plus. Also, es wird wahrscheinlich so aussehen, dass die Alpha 22 auf jeden Fall noch kommt und danach eben halt plus. Also, wahrscheinlich wird das Spiel tatsächlich nie richtig fertig werden. Die werden immer wieder neu, immer wieder noch auflegen. Ja, gut. Klar. Aber so ein Spiel ist ja nie fertig, ne? Ey, sag ich ja. Das mache ich ja. Boah, Alter. Dein Ernst? Das Spiel wird in aller Ewigkeit bestehen. Hallo. Hallo. Sehr gut. Kisten. Boah. Geil. Das liebe ich nicht. Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, ne? Eichern. Noch mal. Das finde ich jetzt nicht okay. Das finde ich jetzt nicht okay. Das ist Frühsam drauf. Ach, was ist denn hier schon wieder? Ja. Was ist denn los hier? Boah. Oh. Hier, guck mal. Was hier für eine kommt? Hallo. Ähm. Ähm. Ja, einfach so. Ja, einfach so. Auf jeden Fall. Hallo. Blache. Wo ist das so? Hier ist irgendwas passiert. Alter, hier ist ein Riesenloch. Ja, ist ja geil. Eingeloch. Oh Mann, jetzt habe ich so einen Ohrwurm drin. Danke. Eingeloch ist aber Copyright geschützt. Das ist alles gleich. Ja, ich weiß. Ich habe trotzdem Ohrwurm.